Gerade erst um den Titel der Promi Big Brother Gewinnerin sowie ein 100.000 Euro reicher geworden, galt für Lela Lajoa nur eins, ab in den nächsten Dönerladen. Punkt mit an Bord war neben ihrem frischgebackenen Verlobten, Mike Heiter, auch BBB-Kumpel Sinan Moveds. Der prominente Schnittfleischvertreiber kam dabei aber alles andere als gut weg. In einem gemeinsamen Instagram-Video unterzogen Lela und Sinan die mit Fleisch und allerlei Gemüse sowie Soße gefüllte Teigtasche aus dem Mangal-Döner dem Tastetest. Wie man weiß, steht hinter dem Franchise niemand Geringeres als Ex-National-Kicker Lukas Podolski. Doch auch dieser Umstand konnte nicht dafür sorgen, dass sich die selbsternannte Döner-Expertin in ihrer ehrlichen Meinung einschränken ließ. So bemängelten nicht nur die 28-Jährige unter anderem die fehlenden Tomaten. Zudem waren sich die beiden PBB-Buddies einig, dass auch das Brot deutlich besser hätte ausfallen können. Immerhin, die Hauptzutat, sprich das Fleisch sowie die Soße des Boildi-Döners, seien überaus gut gelungen. Nichtsdestotrotz gab es als erste Reaktion nicht mehr als ein ernüchterndes Ja im Reality-Star gleich klang. Vor der Punktevergabe wurde es dann nochmals eklig, als Lela ein Haar in Sinans Döner entdeckte. Unter dem Strich konnte sich die BBB-Queen demnach zu nicht mehr als 4 von 10 Punkten auf der internationalen Lela-Skala durchringen. Von Sinan gab es immerhin eine neutrale 5, für die Ansprüche des Weltmeisters dürfte aber auch das nicht wirklich ausreichend. Kleines Trostpflaster, wenigstens Mike, der ebenfalls kurz mit einbezogen wurde, gab sich wohlwollender und stufte den Poldi-Döner auf eine 6,5 von 10 ein. Einig waren sich die drei immerhin insofern, dass die Mahlzeit um Welten besser schmecke als die im Container immer wieder aufgetischten Haferflocken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017